Liebe Einwohnerinnen, liebe Einwohner des Landkreises Märkisch-Oderland. Ich wende mich heute an Sie, weil es um eine wichtige Entscheidung geht für den Landkreis. Es geht um eine wichtige Entscheidung auch für das gesamte Land Brandenburg. Die Frage ist, wer wird bei der Stichwahl zum Landrat gewählt? Sie haben am Sonntag die Wahl. Ich persönlich kann Ihnen nur raten, Gernot Schmidt Ihre Stimme zu geben. Gernot Schmidt hat dafür gesorgt, dass der Landkreis sich in den letzten Jahren hervorragend entwickelt hat. Sie können es an vielen einzelnen Punkten nachvollziehen. Gernot Schmidt ist ein Mann, der zu seinem Wort steht, Gernot Schmidt ist jemand, mit dem man gern zu tun hat. Ich wünsche ihm alles, alles Gute und ich freue mich auch weiterhin auf die Zusammenarbeit mit ihm und wünsche Ihnen eine gute Entscheidung für die Landratswahl in Märkisch-Oderland.